Die Firma Hammer Industrieanlagen und Werkzeugmaschinenvertrieb GmbH wurde am 1. Oktober 1990 gegründet. Damit sind wir einer der ältesten sächsischen Maschinenhändler. Unser Firmensitz befindet sich in Kuhschnappel, gelegen zwischen Chemnitz und Zwickau, der Wiege des deutschen Maschinenbaus. Von Beginn an beschäftigt sich unser Unternehmen mit dem weltweiten An- und Verkauf gebrauchter Werkzeugmaschinen, Industrieanlagen sowie kompletter Betriebseinrichtungen der metallverarbeitenden Industrie. Unser Unternehmen wird Eigentümer geführt von Silvio Hammer als Geschäftsführer und Sebastian Hammer als technischer Leiter. Durch unser breit gefächertes Angebot an verschiedensten Werkzeugmaschinen sowie durch unsere seriöse Arbeit wuchs der Partner- und Kundenstamm über die Jahre stetig. Wir haben uns sowohl regional, aber auch deutschland- und europaweit einen guten Namen erworben. Wir sind der Partner an Ihrer Seite von der fairen Bewertung im Ankauf über die komplette technische Abwicklung wie Demontage, Verladung und Transport bis hin zu Verkauf, Finanzierung, Aufstellung und Inbetriebnahme. Sie als Kunden werden direkt und persönlich bei diesen komplexen Prozessen allumfassend betreut. Mit unseren werkstattgetrüften Gebrauchtmaschinen gehen Sie als Kunden auf Nummer sicher. Schließlich kann eine gebrauchte Werkzeugmaschine eine interessante Alternative zu teureren Neumaschinen sein. Unser umfangreiches Angebot finden Sie als Interessenten auf unserer Homepage unter hammergmbh.de. Bei uns finden Sie auch ein gut sortiertes Lager an maschinenspezifischen Zubehör und Werkzeug. Außerdem haben wir ein umfangreiches Archiv an Dokumentationen, auf welches Sie zurückgreifen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017